Hallo meine Süßen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich heute mein allererstes Abonnentenpost bekommen. Ich freue mich riesig darüber. Also liebe Melissa, ich bedanke mich ganz herzlich jetzt schon für das Päckchen. Ja, ich mache jetzt mal gemeinsam mit euch auf. Ich habe es noch nicht geöffnet. Und schauen wir einfach mal zusammen rein, was sie mir so geschenkt. Oh, ich finde es voll süß, wie sie das eingepackt hat. Ich bin richtig gespannt. Oh, ich bin so aufgeregt. Ach, voll süß. So ein Schlüsselanhänger Paris. Das ist voll süß. Ich brauche sowieso bald wieder mal einen neuen Schlüsselanhänger und da passt es vollkommen. Vielen herzlichen Dank. Das muss ich nachher gleich mal an meinen Schlüsselbund machen. Auch hier hat sie wieder so eingepackt mit Kleber und alles gut verschlossen. Plus ein Haar von ihr. Oder was das ist. Das ist so gut eingepackt, dass ja nichts kaputt geht. Ui. Die sind jetzt aber ganz schön. Die gefallen mir sehr, sehr, sehr gut. Oh mein Gott. Das ist voll süß. Also absolut mein Geschmack getroffen. Oh Gott. Das werde ich bald mal anziehen. Auch in einem Video, damit du das mal bei mir angezogen siehst. Also vielen herzlichen Dank. Absolut mein Geschmack. Und ich liebe solche Ohrringe. Und ich denke, dass wir beide eigentlich denselben Geschmack haben, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe. Und ja, von dem her passt das. Da hat sie mir nochmals auch hier wieder alles zugeklebt. Auch wieder mit so Stickers versehen. Und sie hat es wirklich sehr gut gemeint. Es ist schon fast schade, es auszupacken, so süß, wie sie es eingepackt hat. Einen wunderschönen Lipgloss von Rivaldi Lou. Oh mein Gott. Ich weiss, das Licht ist jetzt total beschissen. Bei uns regnet es und ja. So schaut es aus. Oh mein Gott. Das erinnert mich an den Lipgloss von MAC Nymphfet. Es könnte fast ein Tube sein, außer dass diese hier ein bisschen mehr glitzert als das Nymphfet. Ja, ich werde das mal vergleichen und euch dann auf Instagram berichten. Wunderschöne Farbe und ja, vielen herzlichen Dank meine Süße. Oh Gott, Rivaldi Lou, ich raste aus, wenn ich Rivaldi Lou habe. Ihr wisst ja, ich habe kein Rivaldi Lou bei mir in der Nähe. Und bestellen kann ich es, glaube ich, auch nicht über den Online-Shop. Weil ich glaube nicht, dass sie noch in die Schweiz liefern. Und dann hier nochmals so süß eingepackt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Rivaldi Lou Palette. Oh Gott, das sieht wunderschön aus. Schaut es mal an. Ist das nicht genial? Oh mein Gott, das sieht so wunderschön aus. Das ist jetzt die 01 Disco Fever mit neun trendigen Farben. Von Rivaldi Lou. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, was sagen. Vielen herzlichen Dank, Maus. Oh mein Gott. Ich bin absolut begeistert. Ich werde mit dieser Palette demnächst ein Amo schminken. Auch mit dem Lipgloss und den Ohrringen. Ich werde, glaube ich, ein Päckchen-Titorial machen, würde ich so mal sagen. Ja. Mit diesen Dingen kann man wirklich schönen Look schminken. Und ich liebe ja Farbe auch im Sommer und überhaupt. Ich finde, der Alltag ist meistens schon sehr grau und alles. Da bringt einfach frische Farbe einfach, ja, Leben in das Leben. Und ja, finde ich voll toll. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich habe mich gar nicht genug bei dir bedanken. Ich bin absolut begeistert. Oh mein Gott. Und hier ist noch... Ein Brief mit dabei. Oh mein Gott. Zwei Seiten. Ich werde das nachher in aller Ruhe durchlesen. Ja, meine liebe Melissa. Vielen herzlichen Dank für das tolle Paket. Ich bin sehr überwältigt, sage ich jetzt mal. Ja, du weißt, ich mag Rivaldi Loop, obwohl ich keins in meiner Nähe habe. Und ja, du hast meinen Geschmack absolut getroffen. Und ich freue mich so sehr über das Paket. Hättest du nicht machen müssen. Und ja, ich bin einfach überrascht. Hätte ich nie gedacht. Und ja, nochmals an dieser Stelle vielen herzlichen Dank. Und ich grüsse dich somit ganz liebevoll aus der Schweiz. Und ja, hoffentlich sehen wir uns dann mal. Und ja, allen anderen wünsche ich einfach einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, wie immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Es war ein kurzes Video. Und ja, das muss zwischendurch mal sein. Ich mache jetzt sonst immer sehr lange Videos. Und ja, das geht. Denke ich mittlerweile auch auf die Nerven. Und ja, einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal.